25.04.2011 Berlin, Amtsstube Mese. Hier sieht man die sieben Sperrlichen. Die sieben Sperrlichen der Kunst. Die sieben Sperrlichen der Diktatur der Kunst. Und die stehen immer stramm. Sogar von hinten seht ihr metabolisch präzise aus. Ihr seid einfach nur präzise. Ihr seid nicht demokratisch, ihr seid präzise. Und das ist um zu wissen. Das lassen wir nicht aussehen. Ihr seid ganz präzise Burschen der Diktatur der Kunst. Ihr könnt strapp stehen. Wer kann das heute noch? Ihr könnt stillstehen, wenn's sein muss. Diese sieben Sperrlichen der Diktatur der Kunst, die stehen immer stramm. Und das ist gut zu wissen. Ihr seid versachlich in Führung. Stillgestanden, ihr Sperrlichen der Diktatur der Kunst. Sperrlicher Eins, Sperrlicher Zwei, Sperrlicher Drei, Sperrlicher Vier, Sperrlicher Fünf, Sperrlicher Sechs, Sperrlicher Sieben. Ihr seid die glorreichen Sperrlichen Sieben der Diktatur der Kunst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und die stehen immer stramm in der Amtsstube Mese. Und das ist gut zu wissen. Ihr seid die Sperrlichsten der Diktatur der Kunst. Und das ist doch die Diktatur der Kunst. Ich bin euch dankbar. Und zwar auf der Zeit bin ich euch sieben der Sperrlichen der Diktatur der Kunst. Und jetzt lese ich euch eine Geschichte vor von der Diktatur der Kunst. Und diese Geschichte ist die totale Zukunft. Ach, ist das ein feines Werk. Das radikalste Buch Diktatur der Kunst. Vom Anfang bis Ende Diktatur der Kunst. Donathan Mese, die Diktatur der Kunst, ist die ultravisionärste Totalsutopie aller Zeiten. Erzproklamation, das Erz...